Die Werchtechnische Dienststelle für Schutz und Sondertechnik, die WTD 52, hier in Oberjettenberg, in den bayerischen Bergen, beschäftigt sich, wie der Name schon sagt, im Schwerpunkt mit dem weit gesteckten Themenfeld des Schutzes. Auf der einen Seite betrachten wir den indirekten Schutz. Und zum indirekten Schutz zählen Maßnahmen des Tarnens, des Täuschens, des Signaturmanagements. Auf der anderen Seite fokussieren wir auf den direkten Schutz und hier vorrangig auf den direkten baulichen Schutz von Infrastruktur. Wir untersuchen beispielsweise die Beschussfestigkeit von Fensterelementen, wir hinterfragen die Widerstandsfähigkeit von Gebäuden, Fassadenstrukturen im Falle von detonativen Anschlägen. Wir entwickeln Maßnahmen zur Erhöhung des Sicherheitsniveaus für den Schutz unserer Soldatinnen und Soldaten. Untertitelung des ZDF, 2020